Oh, da war gerade wieder so ein X. Achso, die Xe sind nicht böse, das muss ich mir echt angewöhnen. Jedes Mal, wenn ich den Xen nicht gesehen habe bisher, war meine erste Reaktion, ah scheiße, das Spiel stößt gleich ab. Aber nee, das ist jetzt ja anscheinend gefixt. So, was haben wir hier? Rohrrohr für Maschinen. Maschinen sollte ich also auch noch, also diese Engines da, sollte ich also auch noch automatisieren. Und dann hier, nein, keine große, hier eine Kiste hintun für normale Engines. Dann brauchen wir den ganzen Kladderadatsch da auch nicht. Brauchst du noch irgendwas? Du brauchst noch grüne Chips? Dann sag doch einfach, dass du grüne Chips haben willst, anstatt dass du hier zigtausend ineinander verschnörkelte Fließbänder benutzt. Na, was hältst du davon? Sehr gut. Nimm die mal alle mit. Und hör du mal auf zu arbeiten. So, und tu die, die wir jetzt gerade eingesammelt haben, da rein. Die kannst du auch schon mal haben. Achso, ein Ärmchen wäre nicht schlecht, hm? Warum holst du die da nicht raus? Achso, weil du schon Engines hast. Du wartest nur darauf, dass Skyland das wegnimmt, was Skyland zurzeit nicht tut. Ist okay. Eine leere Eisenkiste. Weg. Äh, das hier alles. Weg. So. Kohle, die auf dem Boden liegt. Weg. Hier oben hat man noch die ganzen, genau, die Rohrgeschichte, der kann auch weg. Warum ist hier eine Kupferkiste als Provider-Chest? Achso, das waren die Knödel. Ja, davon kommen irgendwie recht wenig an. Aber ist okay. Du kannst weg. Weg, 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 weg. Die Lebenslinie würde ich auch ganz gerne abbauen. Aber dazu müsste ich erst einmal alle Science-Packs unten neu machen. So. Ja, das ist was Wichtiges. Du da. Also, rot, grün, hellblau, lila. Was wird da zerstört? Ein Laserturm. Oh, das ist nicht so schlimm. Ärmchen. Äh, blau, blau rechts. Rot, was? Noch ein Laserturm. Das ist jetzt ein neuer Mutanten-Superspucker, der jetzt nach und nach. Ne, 31 Lasertürme schießen. Das muss sterben, was auch immer es ist. Irgendwann stirbt es. Das ist der Lauf der Dinge. Kann man nicht so wirklich bisher ändern. Du da, du da. Da, da. Jedenfalls wissen wir davon, ist ja nichts. Auch ein lustiger Gedanke. Äh, so. Du machst jetzt bitte Science-Packs. Wow, Strom. Ich sollte Akkus hier hinten hinbauen. Okay, du baust bitte Science-Packs. Die können wir nicht gießen. Hast du ja kein Kopfgerogon. Gib mir Kupferplatten, gib mir Steinzahnräder. Steinzahnräder. Kupferplatten. 100 Stück. 100 Stück. So, du bekommst jetzt allerdings Produktivitätsmodule. Deswegen solltest du eigentlich auch eine MK2-Fabrik sein. Damit wir weniger Ressourcen verbrauchen. Hier fängt es jetzt an. Dadurch, dass wir alle Science-Packs jetzt mit Produktivitätsmodulen ausstatten. Und später mit besseren Fabriken, die dann mehr Produktivitätsmodule haben können, verbrauchen wir eindeutig weniger Ressourcen. Weil Forschung ist mit einer der Hauptabnehmer. Ich denke... Ja. Ziemlich einer der einzigen Abnehmer. Alles darauf hinaus läuft, dass wir Science-Packs herstellen, um mehr erforschen zu können. Dann bauen wir zwischendurch mal kurzfristig irgendwas. Aber das sind einmalige Investitionen. Science-Packs rattern durchgehend durch. Immer, 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 immer. So. Also du kriegst nachher auch die besseren Produktivitätsmodule. Aber erstmal muss das reichen. Also erstmal reicht es mir jetzt alle Fabriken, die ich jetzt neu aufbaue. Wobei ich die dann auch alle mit denen versehen müsste. Was? Oh. Bei denen geht das nicht? Ach, bei Zwischenprodukten geht das nicht. Okay, nur bei Endprodukten. Gut. Gib mir mal das da. Da. Warte. Ach so, weil ich noch kein Produkt ausgelegt habe. Okay, dann stell bitte her. Grüne Tränke. Stell bitte her. Hellblaue Tränke. Stell bitte her. Lila Tränke. So, jetzt gib mir die da. Steuerung links. Was? Das waren die falschen. Gib mir die da. Steuerung links, Steuerung links. Du wartest ab. Dich bauen wir jetzt da oben erstmal ab. Dann gucken wir, was du bisher so ausgespuckt hast. Ein. Hier in den blauen Chips. Boah, das mit den blauen Chips ist echt übel. Ach so, du hast die alle schon. Okay. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Warum brauchen die Mining Drills so lange? Das sollte ich mir auch gleich mal angucken. Also, ob da irgendwas fehlt. So, du bekommst jetzt eine bessere Fabrik und du auch schon mal. Damit da mehr davon reinpassen. Du bekommst alles davon. Sind jetzt Pollution 46% mehr. Das heißt, alle werden hier hinlaufen, richtig? Alle, aber wirklich alle auf der Karte wollen hier hin. Gott, da kann ich arbeiten. So, warum geht die Forschung nicht weiter bei den Mining Drills? Dafür müssen wir unsere neu gegründete Forschungsanlage. Und das sieht alles so schön sauber aus. Da. Ich sehe. Oh. Stimmt. Die sind alle abhängig davon. Und es sind keine grünen Chips da. Okay. Die hören schon alle auf zu arbeiten, ne? Genau, da hast du einen Knick. Mach mal früher einen Knick. Achso, die werden auch schon nicht versorgt. Gut. Gib mir bitte alle grünen Chips, die du hast, die gerade nicht benutzt werden. Und ich verteile die danach gut dünken, dahin, wo ich denke, dass sie gebraucht werden. Zum Beispiel gerade bei den Mining Drills. Und dann kümmern wir uns gleich um die grünen Chips. Du lass mich da durch. Du. Achso, nicht alle. So, das sollte hoffentlich reichen. Ja, gut, 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 gut. So, grüne Chips. Das wird daran liegen, dass wir nur eine Chippresse haben, grüne. Würde aber ungern jetzt schon anfangen, mit den Sachen neu zu bauen. Wir haben nun nicht mal die Lavaanlage zu Ende. Geschweige denn, dass Eisen und Kupfer einschmelzen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Warum arbeiten? Du hast kein Eisen. Was zur Hölle? 1600er Lava ist alle. Habe ich den Fehler doch nicht behoben? 1600er Lava ist alle. 1400er Lava ist alle. Ahm. Führt das Rohr hin, nirgendwo hin. Wie, 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 wir haben keine Lava mehr. Ähm. Bau schnell mal. Dann. Mach den doofen Strommast weg. Bau da einen Pumpcheck hin. Bau einen hässlichen Strommast daneben. Mach hier Untergrunddinger bis nach... ...da, glaube ich. Ja. Ach, das ist 1200er. Mist. Du musst noch höher. Du musst unter Dida kommen. Jo, Angriff. Und wir haben jetzt gar kein Eisen mehr. Das macht alles sehr, 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 sehr kompliziert. Ich hoffe mal, das geht auf. So, du bist 1400er. Eigentlich. Gut. Du da. An dir hängt jetzt alles. Arbeite schneller. Oh, passt ihr da rein? Ja, passt ihr. Dadurch hältst du jetzt länger. Expected Resources 28.000. Das ist nicht so viel. Also ja, es lohnt sich da Produktivitätsmodule reinzutun. Gut, füllst du dich? Nö. Es wird alles gleich verbraucht. So, du bist doch der Falsche. Du, füllst du dich? 44, 45, 46, 47. Ja, du hast ein Plus. Das ist gut. Das heißt, jetzt sollte auch Eisen wieder eingeschmolzen werden. Richtig. Nö, wir wollen noch kein 1600er da. Das kommt jetzt langsam. Zu langsam, um 5 schmelzen gleichzeitig zu betreiben. Wir haben halt nur 2 von diesen dümpeligen. Ne, 4. 4 von denen hier. Du hast keine Kohle. Warum hast du... Oh Gott. Okay. Pno, warst du das? Irgendjemand meinte, dass Steine ein Problem machen würden bei der Lava-Produktion. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber es ist krass, dass der Fehler sich jetzt erst so dramatisch zeigt. Aber es waren viele, die man schon vor 10 Folgen oder so sehen konnte. Und es hat bis jetzt gedauert, bis der... Warum kommt da beidseitig Stein an? Na, weil du ein Smart-Inserter. Geh weg. Ich mach dich später. Du. Kommst von da. Das ist nicht gut. Hör auf. Hör einfach auf. Das macht jetzt hier Probleme. Das ist mir bewusst. Wo haben wir halbe Inserter? Wo kommen halbe Steine hin? Close Inserter. Close Inserter. Gut. Gut, gut, gut. Das sollte das Problem jetzt schon behoben haben. Das alles aufheben. Warten bis da. Keine Steine mehr nachrücken. Jetzt dicht da hin. Dicht da hin. So, jetzt das da hinten alles nochmal aufheben. Hier, komisch doof im Kreis laufen, wenn man den so durch kann. So. Ich dachte, das hing wirklich alles nur neben einem Knödel. Aber nö. Das hing an den Insertern. So, ist das jetzt richtig? Jetzt kommt keine Kohle mehr da oben an. Warum kommt keine Kohle an? Darum, 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 darum. Also Stein kommt jetzt, weil wir keine Kohle mehr haben. Wollt ihr mich veräppeln? Roboport? Roboport-Anschluss ist da. Wir haben keine Kohle. Mach das erstmal auf 500 oder so.